Puma SL EvoSpeed und zwar kommt der EvoSpeed als Superlight Version jetzt in einer neuen Farbkombination sondern in komplett schwarz die Fußballschuhe zeichnen sich dabei durch zwei Sachen aus erstens besonders leichtes Gewicht und zweitens das besondere Ledermaterial die SL EvoSpeed im komplett schwarzen Design bestehen aus K-Ledermaterial das heißt gerade im vorderen Bereich ein extrem weiches Ledermaterial das extrem anpassungsfähig ist das man bereits aus dem Copper, aus dem King kennt und das sich dem Fuß wirklich gut anpasst zudem sind die SL ausgestattet mit den typischen Eigenschaften die wir beim Puma EvoSpeed ansonsten auch haben das heißt im unteren Bereich die besonders leichte EvoSpeed Sohle die dafür sorgt, dass die EvoSpeed auch im schwarzen Design das heißt in der schwarzen Farbkombination wirklich besonders leicht sind und an das Gewicht der normalen EvoSpeed rankommt trotz des Ledermaterials das Ledermaterial ist besonders dünn vermittelt ein extrem gutes Ballgefühl und ist im EvoSpeed SL jetzt kombiniert hier mit dem wie gesagt komplett schwarzen Design so dass die Schuhe auf Anhieb überhaupt nicht zu erkennen sind was für ein Hersteller es ist was für ein Schuh es ist ihr erhaltet damit richtig coole schwarze Fußballschuhe die einfach ein geringes Gewicht haben und euch maximale Performance bieten mit dem ZDF-Signal 3 3 4 5 6 6 6 10 12 14 15 15